das ist nichts das ist nichts es gab es damals bei auf ecopoint antarktika 3w3 einen oder was nicht neben schlacht es war 3 gegen 3 auf jeden fall auf antarktika einen back womit außerhalb der matches gehen konnte ist und das hat dann eine einfach mal gemacht also zwei leute von unserem team ist gestorben also ich in ich und random von uns waren maida die es überlebt von gegner stehen waren auch zwei tot war nur noch ein hand so übrig so sehr oft auf dem apple ist gemacht und nach einer weile kommt er dieses enemies has been revealed und so blablabla da konnte der hand sehr sehen wurde er ist manchmal wenn die mehr ausgepickt hat konnte der hand so treffen aber die mail konnte sich immer wieder hoch und halte ich diese rauspicken und so nach einer weile hatte der hand so seine ulti zusammen bekommen und geultet damals gab es nicht mal die dingens genau das gab es ja auch noch dass der punkt dass so ein punkt einnehmen muss das gab es ja damals auch nicht es war oberzeit wird aufgedeckt und werden den kilo hat dann gewonnen und die hat das einfach mal weiß nicht 20 minuten lang gemacht und 3w3 match und ich habe 13.000 erfahrungen bekommen das 1650 irgendwie sowas habe ich bei den highlight videos drin aber ich weiß nicht mehr welches war das ist also um also um um reinhard 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 ich habe den typen angeschrieben dass er den scheiß lassen soll er bei dem ding ist welche spielen wir gerade über diese runde nein über alle 8 da alle alle richtig da kann man sogar sehen wie ich carry ja immer meine taktiken so bezweifelt und dann aus meiner sicht sieht es easy ja jedenfalls ich bin halt so einfach dass ich das auf jeden fall sehr interessant war und unterhaltlicher weil ich hatte den match keinen spaß mehr es sind nicht nur deine taktiken die er bezweifelt ich sag's nur also pur alda ich weiß gar nicht was ich noch raus wieso kangenji mein hammer ich hab das hier hab ich faschiert mich ach okay was s1 s1 ok dobra ok Okay. Allah! Ich hab dich vermisst. Jetzt. Irgendwas muss ich da machen. Mein Gott. Ja, dann eben nicht, ne? Greetings! Fiskuls, привет! Zuckabliad, pizdiead. Was willst du? Schell. Verfahne. Digga. Was willst du? Fisch, ich bin der Geschick! Ich warte doch mal. Ich chill doch mal auf den Pilots. Sie haben den Bastion. Nein. Tötete die Bastion, er ist one-off. Was ist jetzt doch? Was ist jetzt? AAAAAH! Upsi! Was war das? Das ist der K. Ah, tue. Ein Random. Digga hat verkackt. Hat mein Controller's runtergefallen? Genau. Bevor, äh, die Kunde vorbei war. Und ich, äh, ist auf die R2 gelandet. Oder ist es R2? Ähm, ich glaub L1. Irgendwie sowas. Ne, oder R2. R1. Hab dem Typen mitgenommen. Ich glaub R1. B1. 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 Vielen Dank.